so ich teste wie lange der akku der gopro 5 black filmen kann folgendes ist eingestellt auflösung 2k7 60 frames pro sekunde winkel wide pro tune an stabilisierung an gps an und ja die kamera ist jetzt noch sehr warm vom laden akku ist 100 prozent geladen hier draußen hat nicht so 12 13 grad die große abwärme der gopro wird dafür sorgen dass der akku nicht sonderlich kalt werden wird bei diesem test wenn man einen kalt start machen würde na dann wird es anders aussehen ach ja und das display das lcd schaltet sich nach einer minute ab also jetzt gerade hat sich abgeschaltet also jetzt ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 , Vielen Dank. , 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 ,, , ,, , , ,, , ,, , ,, ,, ,, ,, ,, , ,, , 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